Um ein ISO 27001 konformes ISMS aufzubauen, müssen für jedes Unternehmen individuelle Richtlinien zur Bewertung und zum Verfahren mit Risiken festgelegt werden. Dieses Video zeigt, welche Entscheidungen getroffen werden müssen und wie diese im iDoet-ISMS-Add-On als Grundeinstellungen hinterlegt werden. Als erstes starten wir mit den Bewertungskriterien. Bewertungskriterien bilden im ISMS-Add-On die Skala, mit der die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos sowie die Auswirkungen eines Schadens bewertet werden können. Bewertungskriterien benötigen einen aussagekräftigen Titel, wie beispielsweise gering, normal oder hoch. In der Kategorie Bewertungskriterium gebe ich passend zu der Bezeichnung einen ganzzahligen Level an, der später zur mathematischen Berechnung der Risikohöhe genutzt wird. Wir legen hier mit neu ein neues Bewertungskriterium an. Wie eben gesagt, ich benenne das mit gering. Dann kann ich natürlich hier noch objektspezifische Einstellungen treffen, gehe auf Speichern. Im Bewertungskriterium gebe ich jetzt hier ein Level an. Ich sage gering hat den Level 1 und gehe hier auf Speichern. Um die weiteren Level zu definieren, benutze ich jetzt hier oben die Duplizieren-Funktion und packe mir noch normal mit dazu. Das Bewertungskriterium hoch und als letztes sehr hoch. Jetzt kann ich sehr bequem die Listeneditierung benutzen. Wähle alle Objekte aus, gehe auf Editieren, wähle mir das Bewertungskriterium aus und bearbeite jetzt hier die Level entsprechend. Hoch ist Level 3. Normal hat Level 2 und sehr hoch bekommt Level 4. Mit Speichern kann ich das Ganze hier dann absichern und habe zumindest schon mal jetzt die Bezeichnung hier entsprechend drin und den dazugehörigen Level hinterlegt. Ebenfalls in der Kategorie Bewertungskriterium befindet sich die sogenannte Eintrittswahrscheinlichkeit. Hier gebe ich optional noch eine Beschreibung an, die die Kriterien festlegt, anhand derer ich die Eintrittswahrscheinlichkeit für mein Unternehmen festlege. Eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit bedeutet in meiner Definition, dass ein Ereignis alle zehn Jahre passiert. Eine normale Eintrittswahrscheinlichkeit wird von mir definiert als ein Ereignis, das einmal im Jahr passiert. Um auch hier nicht wieder in alle Objekte einzeln reinzugehen, nutze ich auch hier wieder die Listeneditierung, springe wieder in die Kategorie und dann kann ich hier sehr bequem meine Eintrittswahrscheinlichkeiten eintragen. Wie eben schon gesagt, gering kriegt alle zehn Jahre. Normal bekommt passiert jedes Jahr. Hoch bekommt passiert jeden Monat und sehr hoch bekommt von mir ein passiert täglich. Auch das speichere ich jetzt wieder. Wir springen zurück und somit haben wir schon mal die Bewertungskriterien angelegt. Als nächstes kommen wir zu den Schadenszenarien. Schadenszenarien definieren, welche verschiedenen Auswirkungen ein Risiko im Falle des Eintritts haben kann. Ein typisches Schadenszenario ist beispielsweise die Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit oder finanzielle Auswirkungen innerhalb der Schadenszenarien, nutze ich die Bewertungskriterien, um die Klassifizierung eines Schadenszenarios einzugrenzen. Auch hier kann ich diese natürlich jetzt wieder einzeln anlegen und das ganze dann auch ausformen. Ich nutze aber auch hier wieder die Duplizieren-Funktion, um die gängigen Schadenszenarien anzulegen. Das wären hier zum Beispiel Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge, Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit, Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung und als letztes negative Auswirkungen. Gut, auch diese müssen natürlich weiter ausgeprägt werden. Wir machen das einfach mal am Beispiel finanzielle Auswirkungen. Ich gehe hier auf Editieren und dann in die Kategorie Bewertungskriterien und hier sehen wir die eben angelegten Bewertungskriterien. Gering, normal, hoch und sehr hoch und hier ist noch die Ausprägung leer. Hier wird dann von uns auch noch mal definiert, was bedeutet es denn, wenn so ein Fall eintritt bei einem finanziellen Schaden. Sagen wir zum Beispiel bei gering, dass wir einen Schaden haben von bis zu 5000 Euro. Bei normal würden wir eintragen zwischen 5000 und 50.000 Euro. Bei hoch würden wir wiederum eintragen zwischen 50.000 und 500.000 Euro. Und bei soja hoch tragen wir eine Schadenssumme ein, die größer als 500.000 Euro beträgt. Und somit hätten wir auch die Bewertungskriterien jetzt hier ausgefüllt. Aber Sie sehen schon, hier lassen sich die Schadensszenarien relativ einfach aufbauen und auch konfigurieren. Wir haben noch einen weiteren Konfigurationspunkt, der sich in der Verwaltung versteckt. Wir gehen hier in die Systemeinstellungen. Dort gibt es die Mandanteneinstellungen und hier wiederum finden wir unsere ISMS-Einstellungen. Die Risikomatrix wird in den jeweiligen Mandanteneinstellungen festgelegt. Dazu definiere ich eine Ampel und lege für jede Ampelfarbe fest, in welchem Wertebereich sich meine Ampelfarben bewegen sollen. Als Risikoformel wähle ich die Berechnungsmethode Maximum Risikobewertung plus Eintrittswahrscheinlichkeit ergibt die Risikohöhe. Ob meine Berechnung hier funktioniert, kann ich sehr gut auch noch mal kontrollieren. Dafür haben wir ein Report geschrieben. Ich springe dazu einfach mal zu unseren Reports. Und hier unter Views sehen wir dann die ISMS-Risikomatrix. Und so wie ich das jetzt eingestellt habe, kann ich hier auch sehen, bei welchen Werten jeweils ich welche Ampelfarbe bekomme. Soweit wären wir auch dann mit den Grundeinstellungen im ISMS-Add-on erst einmal durch. Wenn Sie weiterhin interessiert sind, empfehle ich Ihnen noch Teil 2 und Teil 3, wo es dann um den Import von Maßnahmen und die Gefährdungskataloge geht. Und in Teil 3 erkläre ich Ihnen sehr gerne die Risikoeinschätzung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.